Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eigentlich ist gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 17.200 US-Dollar. Gestern nochmal eine schöne Liquidation Candle bekommen. Also gestern Abend ging dann doch nochmal die Post ab. Wir sind ohne Probleme einfach durch den Bereich der 16.900 US-Dollar gekommen und bis auf knapp 17.300 US-Dollar gestiegen. Wir hatten ja zwei Short-Orders drin. Die wurden leider liquidiert. Klar, es war minimales Risk, weil wir vorher eben noch die zwei Long-Positionen offen hatten. Trotzdem, so ehrlich muss man sein, die sind einfach jetzt in den Stop-Loss gelaufen. Die hatten wir hier in diesem Bereich um 16.950 bis 17.042, glaube ich, oder so war der Stop-Loss drin gesessen. Also das heißt, wir hatten hier einen Risk von 0,5%. Klar, lässt sich aushalten. Trotzdem ein bisschen ärgerlich. Aber knacken wir jetzt möglicherweise die 18.000 US-Dollar. Schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst doch ein Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne einen Kommentar unten drinnen lassen. Und kommt natürlich gerne in die Telegram-Talk, aber auch in die Signalgruppe. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit genug Eigenwerbung jetzt für heute gemacht. Momentan, wie gesagt, 17.200 US-Dollar. Wir haben einerseits dieses Golden Pocket durchbrochen und wenn wir jetzt von dieser gesamten Bewegung ausgehen, auch hier ein impulsives Breakout aus unserem Golden Pocket bei ungefähr 17.100 US-Dollar bekommen. Momentan ein bisschen die Konsolidierung. Wir haben damit auch, um ganz kurz in den 4-Stunden-Chart reinzugehen, schauen wir uns das mal ganz kurz an mit den Vektoren. Wir haben den Vektor hier oben fast auf den Dollar oder genau auf den Dollar abgeholt. Das heißt, die Vektoren sind jetzt erst einmal gefüllt. Wir haben jetzt dadurch, dass wir gestern wieder diesen impulsiven Move hatten, wieder 9, 4 Stunden und aber auch 1 Stunden Vektor gebildet. Also normalerweise wäre es jetzt sinnvoller, diesen zuerst in den Bereich der 16.900 US-Dollar zu holen. Wir ziehen auch hier mal ganz kurz das FIP-Level dazu. Würde dann ziemlich genau hier unten mit diesem blauen Vektor bei ungefähr 16.870 passen. Wäre aber sogar meines Erachtens ein möglicher Entry in den Bereich der 16.950 US-Dollar. Auf jeden Fall im Bereich des Möglichen vom Prozentualen würde es ungefähr 0,7 bis 0,8 Prozent, was den Stop-Loss anbelangt, ausgehen. Also auch hier relativ wenig Risk. Trotzdem, wir haben weiterhin unten unsere Vektoren in diesem Bereich der 16.500 US-Dollar und natürlich auch bei den 15.400 US-Dollar. Raus ist die ganze Sache noch nicht, dass wir jetzt nicht nochmal diese tieferen Lows auf jeden Fall sehen. Würde ich auf jeden Fall nicht abschreiben, zumindest momentan nicht. Aber durch diesen Move, RSI jetzt erstmal deutlich übergekauft jetzt erstmal in diesem Bereich. Also ein Rücksetzer ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen und wäre auch meines Erachtens das wünschenswerteste Szenario. Wir haben eine Hidden Bearish Divergence. Das sehen wir hier ganz gut. Wir haben Lower High im Chart. Das heißt, wir haben ein korrektives Hoch hier einfach nochmal gebildet. Dafür aber ein höheres Hoch im RSI, also klassische Hidden Bearish Divergence. Bevor ich es jetzt falsch sage, genau Hidden Bearish Divergence hier erst einmal. Müssen wir mal gucken, wie sich das ausgibt. Aber ein Rücksetzer wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und sollte dann dieser Rücksetzer genutzt werden, um ein Higher High zu bilden, kommt es natürlich darauf an. Kriegen wir auch unser Higher High mit Close hin. Weil kriegen wir hier einfach wieder nur ein Higher High und dann liquidieren wir hier ein paar Longs, die da oben oder beziehungsweise Shorts, die da oben liegen. Und schließen dann wieder darunter, ist es ein bearishes Zeichen, dann eindeutig fürs Wochenende Short hin. Um 14.30 Uhr kommen heute noch wichtige News raus. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Wo haben wir es heute? Oder war es 14.30 Uhr? Genau, doch. 14.30 Uhr die Erzeugerpreise, also die EPI-Daten, könnte nochmal sehr, sehr interessant werden. Also prognostiziert sind 5,9 Prozent. Wir gucken jetzt mal aufs Jahr hinein. Also Prognose 7,2. War es jetzt zumindest. Jetzt ist die Prognose bei 5,9. Vorherig waren 6,7 Prozent. Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Also Ölpreis und sowas, deutlich, deutlich im Keller jetzt mittlerweile. Auch wenn wir ja dazu gesagt haben, im Gegensatz zum Jahr davor könnte es so ein kritischer Punkt werden, dass die Erzeugerpreise doch nochmal ein bisschen, zumindest gleich sind der Prognose, wenn nicht sogar ein bisschen höher. Also darauf wird es heute um 14.30 Uhr ankommen. Das könnte natürlich auch nochmal Bewegung in den Märkte reinbringen. Nochmal ein kleines Update zu den Trades, die momentan noch laufen. Wir haben noch die Short Order. Die läuft seit 17.370 US-Dollar. Also die läuft noch. Die würde ich auch einfach noch offen lassen, bis der Stop-Loss-Entry erreicht wurde. Also heißt Stop-Loss-Entry einfach. Dann läuft noch eine ältere BTC-Long. Wir kommen jetzt gleich noch zu Ethereum. Da läuft auch noch eine Position. Und ansonsten läuft es erst einmal gar nichts. Und ich würde jetzt auch keinem raten, hier weder Long noch Short zu gehen. Wir müssen warten, bis sich hier ein klares Signal nochmal gibt. Zumindest in dem Bereich hier unten um die 16.900 US-Dollar, wo unser Vektor liegt, kriegen wir hier einen schönen Move wieder rein. Beziehungsweise hält der Support, kann man hier möglicherweise sogar mit einer neuen Long-Position tendieren. Und dann zumindest mal den Bereich um 17.420 US-Dollar anvisieren. Das wäre jetzt zumindest mal der erste Step, wo ich sagen würde, okay, bis dahin ist der Close dann da drunter beim 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart. Am besten kommt es relativ zeitnah dann zusammen. Dann ist es bearish. Dann würde ich aber auch wahrscheinlich sehr, wahrscheinlich auch wieder die Position schließen. Weil dann ist für mich einfach der Grund eher, dass wir uns die Liquidität hier oben abgrasen und dann doch nochmal deutlich, deutlich tiefer gehen. Das würde natürlich zu einem Szenario passen, so ungefähr um 14.30 Uhr. Müssen wir mal gucken, wie sich das ausspielt. Ansonsten sollten die Daten bullish sein. Wir sind hier unten, die Daten sind bullish. Kann ich mir sehr, sehr gut auch den Move in Richtung 18.000 US-Dollar vorstellen. Nochmal ein korrektives Hoch zu kriegen und dann aber Abfahrt nach unten. Also ich traue der ganzen Sache noch nicht wirklich, dass wir hier über dem Berg sind. Deswegen lieber noch ein bisschen bearish. Wie gesagt, wir sind momentan gut gerüstet. Long läuft jeweils noch eine. Es läuft noch die Short. Also das heißt, wir sind in beide Richtungen momentan gut aufgestellt. Und mehr gibt es momentan meines Erachtens nach auch nicht zu sagen. Dann gehen wir ganz kurz noch zu Ethereum. Auch hier, wie gesagt, wir hatten hier die Short Order. Zeige ich euch auch noch mal ganz kurz, was der Sinn dahinter war von diesem Hoch bis zu unserem Tief bei ungefähr 1.250. Risk war auch hier bei 1.265. Also auch hier wurden wir radikal ausgestoppt. Aber was wir hier auch noch hatten, ist einerseits hier die Long Position bei 1.220. Weil ich ja gesagt habe, okay, hier unten bin ich reingegangen. Die läuft momentan noch sehr, sehr gut. Ansonsten läuft hier erst einmal nichts. Ich bin jetzt auch hier nicht am überlegen, hier jetzt direkt wieder Short zu gehen. Wir haben das gleiche Spiel hier. Lower High, Higher High im RSI. Hidden Bearish Divergence. Auch hier momentan zumindest versteckt. Hier müssen wir dann auch mal ganz kurz gucken. Fib-Level dazulegen. Und dann einfach von unserem Low zu unserem High. Wäre ungefähr der Bereich um 1.244. Interessant, wenn nicht sogar 1.255 schon. Da, wo unser ehemaliges Golden Pocket lag, liegt jetzt das 0,5er Fibonacci Retracement Level. Und auch unser Vektor. Also das müssen wir ein bisschen im Blick behalten. Vor allem auf dem 1-Stunden-Chart. Wir haben uns die Vektoren hier drüben auf dem 4-Stunden-Chart geholt. Wenn wir uns jetzt hier den unteren zumindest noch holen, in dem Bereich wäre das schon mal ein erster Step. Und dann müssen wir auch hier gucken. Kriegen hier möglicherweise die Gegenbewegung rein um 1.250, 1.255. Dann geht es darauf an. Knacken wir die 1.311. Einfach nur Liquidität grasen. Und dann wieder runter. Bearishes Zeichen. Schließen wir da drüber. Bestätigen vielleicht nochmal sogar das Hoch mit einem 4-Stunden- oder 1-Stunden-Close. Ist die Möglichkeit drin, dass wir hier zumindest die 1.350 US-Dollar anvisieren. Und danach kann es relativ schnell gehen in Richtung 1.424. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Glaube ich jetzt aber nicht, dass wir jetzt hier schon komplett durchballern. Aber sollte Bitcoin Richtung 18k gehen, würde ich bei Ethereum alles nicht ausschließen. Deswegen auch hier momentan zumindest nochmal ein bisschen abwarten. Werde dann gegebenenfalls nochmal neue Signale in die Signalgruppe eben reinposten. Aber ansonsten momentan RSI zu hoch. Hidden Bearish Divergence. Wir haben Vektoren unter uns. Wir haben das Golden Pocket unter uns. Spricht einfach zu viel für nochmal eine kleine Gegenbewegung. Und wenn wir jetzt wieder so ein bisschen in diesen Pattern-Bereich reinkommen, würde jetzt jeder sagen, oh wir haben ja einen Bart-Pattern. Das könnte sehr, sehr gut ausspielen. Die Frage ist nur, nur Vektor oder wirklich nochmal runter in den Bereich der 1.240, wo eben unser Golden Pocket in dieser Area hier unten liegt. Das müssen wir auf jeden Fall beachten. Ansonsten schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Hier haben wir BNB. Wir haben es hier leider nicht geschafft, unten diese Order abzuholen bei 2.77. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass hier unten eine schöne Order rein wäre. Ansonsten auch hier zum Glück hier nicht auch noch ein Short aufgemacht. Das hätte mich jetzt noch geärgert zusätzlich. Wir haben jetzt erstmal den Downtrend gebrochen, wo wir drüber gesprochen haben. Konsolidieren hier auch über den Downtrend momentan erst einmal ein gutes Zeichen. Dann schauen wir uns auch hier mal ganz kurz die Vektoren an. Wir haben zwei Vektoren. Einerseits hier, wir haben sogar noch da unten. Das ist halt auch so eine ugly Candle, die sich halt hier gestern jetzt noch gebildet hat. Gefällt mir jetzt eigentlich auch nicht so wirklich gut. Aber gut, müssen wir mal schauen. Wir haben zwei Vektoren ungefähr in dem Bereich der 286 US-Dollar. Ganz kurzer Gegencheck einfach nochmal von unserem Low zu unserem High einfach mal. Würde dann schon eher wieder so für den Bereich um 285 sprechen, beziehungsweise 286. Erster Vektor wäre gefüllt. Da unten wäre dann noch der nächste. Also ich tue mir hier trotzdem noch schwer, nochmal einen richtigen Entry zu kriegen. Was mich jetzt auch noch ein bisschen bearish stimmt. Ihr seht hier, das Daily Open wurde hier eröffnet. Wig drüber, Widerstand, jetzt die nächsten Candles, alle, bisher alle drunter gewesen. Und wir haben immer nur versucht hier einen Wig reinzukriegen. Also bullish ist es nicht. Stimmt eher dafür, dass wir nochmal, sollten wir jetzt hier nicht einen Close drüber kriegen. Zumindest ein Stunde mal, wäre zumindest mal ein Anfang. Sieht die ganze Sache für den heutigen Tag zumindest bearish aus und würde dann wirklich für diesen Bereich um 286 US-Dollar, da wo der Vektor gebildet wurde und die USA-Session im Endeffekt begonnen hat, hier bei 285, 286, wo auch das Golden Pocket dann liegt, würde besser einfach dazu passen. Wir machen nochmal den Indikator ganz kurz dazu aus und dann einfach so eben diese Bewegung hier nochmal runter und dann versuchen, gleiches Spiel wie bei Bitcoin, bei Ethereum ein neues Hoch zu bilden, weil wir das bisher auch nicht wirklich hinbekommen haben. Ihr seht hier drüben dieses Hoch bei 290, abgegrast, abgegrast, mehrmals. Kein Close drüber, bearish, erst einmal neue Gegenreaktionen und dann gilt es einfach dieses Hoch rauszunehmen und dann zumindest mal in den Bereich der 297 US-Dollar vorzustoßen. Gut, dann war es ein bisschen ausführlicher, aber gut, heute ist endlich mal was passiert im Gegensatz zu den letzten Tagen. Später kommt dann noch XRP und noch ein Altcoin, den suche ich mir dann später noch aus. Kommt dann, denke ich mal, so gegen 14.30 Uhr auf jeden Fall nicht zu früh. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wir gucken noch ganz kurz auf die News. Vitalik Buterin ist gespannt auf die kommende Ethereum-Projekte. Ja, mal gucken, wann das dann kommt. Ethereum 3.0 irgendwann 2050 oder so. Nicht Spaß. Ja, lest euch den Artikel gerne durch. Der müsste, soviel ich weiß, in der Telegram-Gruppe drin sein, will jetzt aber nicht lügen. Auf jeden Fall war es das von mir. Wir hören uns dann heute Nachmittag nochmal. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich dürfte eine Reaction über die Crypto Queen und OneCoin machen. Auf die WDR-Doku-Reihe. Link natürlich auch unten da in der Beschreibung drin. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn euch das gefällt. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Gerne einen Kommentar da lassen. Und dann bis später. Ciao, ciao. Und stay crypto.